Schau her, Deutschland, der König kommt. Ein König der Menschen beeindruckt. Also für mich ist der schon heilig, das ist ein echter Religionsführer. Grandios, also Gänsehaut-Feeling, als er hereinkam. Ein König der Herzen, ein König der Liebe. Das ist Wahnsinn, diese Liebe, die Hazu uns ja offensichtlich schenkt. Offensicher geht's ja eigentlich nicht. Jemand, der die Herzen der Menschen erreicht, dem ein Zauber inne wohnt. Die Rede seiner Heiligkeit ging so direkt einfach ins Herz. Wir nehmen sie mit auf eine Reise des Chalifen. Eine Reise seiner Heiligkeit. Hz. Mr. Musrur Ahmed möge Al-Aazin Helfer sein durch Deutschland. Strasbourg in Frankreich. An der Grenze zu Deutschland eröffnet seine Heiligkeit, möge Al-Aazin Helfer sein, eine neue von diesen Menschen schon erwartet. Strasbourg in Frankreich. Strasbourg in Frankreich. Strasbourg in Frankreich. Der nächste Tag. In Wiesbaden wird eine neue Moschee eingeweiht. Seine Heiligkeit, möge Al-Aazin Helfer sein, kommt. Ein Zeigen, dessen sich die Ahmadi-Muslimer bewusst sind. Ostrasbourg in Frankreich. Oben ist die Ahmadi-Muslimer bewusst sind. 師in Helfer se. An diesem Montag, am späten Nachmittag, seine Heiligkeit, möge Allah sein Helfer sein, wird von Ahmad die Muslimin und Vertretern der Stadt empfangen. Mit dem Gebet ist die Moschee nun feierlich eröffnet. Seine Heiligkeit, möge Allah sein Helfer sein, schaut sich die Moschee an. Einer der größten, die in Deutschland von Ahmad die Muslimin gebaut wurde. Als Zeichen für den Frieden wird ein Baum gepflanzt. Für die Kinder gibt es Schokolade zu diesem Anlass. Seine Heiligkeit, möge Allah sein Helfer sein, fährt von der Moschee los, bleibt aber noch in der Stadt. Für die Menschen hier in der Moschee ist dieser Moment unbeschreiblich. In ihrer Freude umarmen sie sich, Tränen fießen. Einige Kilometer entfernt, Kurhaus Wiesbaden. Hier wird mit den Wiesbadener zusammen die Moscheeeröffnung gefeiert. Die Menschen hier in der Moscheeeröffnung gefeiert. In diesem historischen Saal spricht seine Heiligkeit, möge Allah sein Helfer sein und geht auf die Pflichten der Muslime ein. gefeiert von der Moscheeeröffnung gefeiert. Ich war ganz erstaunt vor allen Dingen von dieser wunderbaren Atmosphäre. Ich kenne diesen Saal, aber ich kenne ihn nicht in diesem warmen Miteinander. Er hat bei mir sehr viel innerlich bewegt durch auch die Reinheit oder ein inneres Licht, eine innere Verbundenheit mit allem. Sie hat sehr verbindende Worte gesprochen, ihre Heiligkeit. Und ich denke, das sind Worte gewesen, die für unsere ganze Gemeinschaft in dieser Welt gelten sollten. Denn viele Dinge, die er gesagt hat, sind Dinge, die von anderen Glaubensrichtungen nicht mehr umgesetzt werden. Manchmal habe ich mich gefragt, wie die Welt wäre, wenn alle Menschen so wären. Dann wäre sie wahrscheinlich freundlicher und ruhiger, als sie tatsächlich ist. Ein gewisser Zauber liegt in der Luft. Ein Mädchen erfährt gleich einen besonderen Moment. Ein Wunsch, der in Erfüllung geht. Es war ein besonderer Moment, um mit ihm ein Foto zu machen. Und ich habe den Kalifen gesehen, den Heiligen, und wollte jetzt auch unbedingt, dass meine Tochter ihm mal nahe kommt, weil sie dieses Gefühl einfach mal spüren soll, wie das ist, wenn wirklich jemand in den Raum betritt, der so einen richtig starken Glauben hat. Im Anschluss gab es eine Pressekonferenz. Am nächsten Tag berichten Medien über dieses Ereignis. Nach etwa zwei Jahren Bauzeit wurde gestern in Wiesbaden die Mubarak-Moschee feierlich eingeweiht. In Deutschland ist sie nun die größte Gebets- und Begegnungsstätte der islamischen Reformgemeinde Ahmadiyya. Der Kalif möchte Brücken bauen und ist mit einer wichtigen Botschaft angereist. Eine Botschaft des Friedens. Diesen Abend wird Wiesbaden nicht so schnell vergessen. Der nächste Tag. Die Jami Ahmadiyya in Riedstadt wird beendet. Seine Heiligkeit möge Al-Hazan Helfer sein, besucht das Institut, trifft Schüler und Dozenten. Einige 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 Wir haben Zahra Es Er Und ich habe mich, dass er die Möglichkeit habe, dass er zu sprechen. Was er im eigenen Geheimnis hat, soll er sagen. Herr, mein Freund ist sehr gut. Ich habe erneut die Zeit, aber ich habe ihn sehr gut gemacht. Er hat auch mir einen Tag mit Jersah UK. Hat er auch mit Jersah UK? Ja, Jersah UK. Er hat auch noch einen Spruch. Und als ich nach Hause gekommen bin, er hat mich ausgesprochen, weil ich nicht mit ihm bin. Du bist in Mumaidah? Ja. Du bist German? Ja, ich bin. Du bist in der Schule. Du bist in der Schule? Nein. Du bist in der Schule? Nein. Du bist in der Schule. 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 Wenn sie dir einen Schütti sind, wenn sie das Congencias gibt, oder非 sie als eine Schütti auf den Schütti können sie anliegen. Du kannst sie auch anliegen. Nach hour und fröhung verhinsame. Aber du bist immer angekl? Ist es ein Schütti? Oder wenn du die anliegen gehen? Ja, es gibt immer zu Hause. Das ist nur einen Schütti. Du bist mit einer Karte. Ja, bitte. Ja, bitte. Ja, bitte. Ja, bitte. Und was willst du? Ich würde es nicht sagen. Ein letztes Mal noch Assalamu alaikum sagen, dann nämlich, vor seiner Heiligkeit möge Allah sein Helfer sein. Zurück nach Frankfurt. Während den Tagen in Frankfurt haben die ganz Kleinen in der Jamaat ihre große Stunde. Sie feiern mit Tazur ihr Amin. Assalamu alaikum warsoor. Ja, bitte. Ja, bitte. Freitag. Hier findet gleich das Juma-Gebet statt. Diese Menschen wollen mit seiner Heiligkeit, möge Allah sein Helfer sein, gemeinsam beten. Ja, bitte. 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 Hضur hat gesagt, dass er sich für die Gesundheit zu erheben und erhebten, dass er sich für die Hoffnung hat. Für uns ist die Wahrheit in der Welt der Hضur. Für uns ist es für uns alles glücklich. Zurück in Frankfurt, Meta-sur-Boo. Zu den Gebetszeiten ist die Moschee voll, die angrenzenden Hallen ebenso. Und wenn es die Situation erlaubt, wird die Straße mitbenutzt. Und wenn es die Situation erlaubt, wird es sehr glücklich sein. Das ist eine große Herausforderung. Die Menschen in der Erde schnitten in diesem Leben sind die Menschen für die Gott gefeiert. Die Menschen in diesem Leben gerufen sich, die sie aus der Welt verabschieden werden. Die Menschen in der Erde schnitten in diesem Leben und die Menschen wiederherbeunschte, die Menschen in der Erde gerufen. Der Sonntag. An diesem Tag stand Fulda im Mittelpunkt. Fulda ist stark katholisch geprägt. Eine Moschee hier zu bauen, war nicht einfach. Fulda ist ein sehr historischer Ort in Deutschland. Es ist, wie man sagt, das alte Zentrum in Deutschland der Katalizismus, der ersten Christen in Deutschland gekommen ist. So, die Christen begann von Fulda. Und die größte Kirche im Norden von Rom war in Fulda. Und auch die Bischofs-Konferenz in Fulda ist in Fulda. Und es dauerte uns lange Zeit. In dem Anfang war es unmöglich, eine Moschee zu bauen. Aber Alhamdulillah, wir haben jetzt unsere Moschee hier. Nun steht die Moschee und zur Eröffnung kommt Seine Heiligkeit, möge Allah sein Helfer sein. Eine feierliche Begrüßung. Das Moscheeschild wird enthüllt. Im Anschluss leitet Seine Heiligkeit, möge Allah sein Helfer sein, das Suhr und Assur Gebet. In Anschluss leitet Seine Heiligkeit, möge Allah sein Helfer 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 Damit ist die Moschee offiziell eingeweiht. Am selben Abend in der Innenstadt. Die Ahmadiyya Jamaat Fulda lädt Gäste ein. Gemeinsam wird die Moscheeeröffnung gefeiert. Und das war auch in Fulda zu sehen. Die Ausstrahlung der Heiligkeit eben grandios. Also Gänsehaut-Feeling als er hereinkam. Einfach schon seine, die Person hat das ausgemacht. Die Rede seiner Heiligkeit ging so direkt einfach ins Herz. Das war's. Ich war echt begeistert, muss ich sagen. Ein sehr charismatischer Mensch, aber auch mit einer einfachen Sprache, die für die Menschen gut zu verstehen ist. Das hat mir gut gefallen. Sehr weise, was er gesagt hat. Er hat mich sehr berührt, auch besonders dann seine Botschaft, aber dann auch nochmal das gemeinsame Gebet, jeder wie er es wollte. Das fand ich ganz großartig. Ich habe tatsächlich neu gelernt oder es hat sich für mich manifestiert, dass der Islam wirklich eine sehr friedliche Komponente auch hat und dass das eine tragende Säule ist. Dass er eben auch gesagt hat, wer keinen Frieden bringt, kann kein Muslim sein. Das hat bei mir, muss ich mal so krass sagen, Ängste abgebaut. Ich bin also aufs Äußerste positiv angetan von der Veranstaltung und auch von den Menschen. Der nächste Morgen, die nächste Etappe. Und die sollte in die Annalen der Geschichte eingehen. Doch zuvor bereist seine Heiligkeit im Galaxen-Hilfer-Sein aus Frankfurt ab. Die Menschen kommen zur Verabschiedung. Ein letztes Mal noch was sie sehen. Die Moschee glänzt an diesem Abend in Berlin. Und so auch die Menschen hier. Meine Gefühle sind wunderbar. Mein Herz ist öblich. Ich bin sehr, sehr glücklich, dass er hier kommt. Es ist ein sehr langer Zeit. Und es war meine Wunschung, dass ich ihn zu sehen möchte. Ich bin sehr, sehr glücklich, dass ich ihn zu sehen möchte. Das ist so, als wenn der Vollmond uns besucht. Für mich waren es einfach nur Tränen. Ich habe sofort angefangen, das Duru-Tscharif zu beten. Und mein Herz war eigentlich nur erfüllt von Liebe, dass endlich Hasoma wieder uns beehrt. Berlin, die Hauptstadt Deutschlands. Die Stadt, die für Europa und Deutschland eine tragende Rolle spielt. Der 22. Oktober. Ein Schlüsseltag während dieser Reise. Seine Heiligkeit, möge Allah sein Helfer sein, wird hier im Hotel Adlon gleich sprechen. Ich hatte gerade eine Begegnung mit dem Kalifen und ich bin immer noch sehr, sehr berührt. Es war für mich beeindruckend zu sehen, dass dieser Mann, der eine große Ausstrahlung verfügt, so Dinge sagt, die ich in der Summe für sehr, sehr wichtig und für sehr, sehr zentral halte. Nicht nur, was den Islam und dessen Botschaft angeht, sondern auch, was alle anderen Religionen angeht. Zuvor trifft seine Heiligkeit, möge Allah sein Helfer sein, einige Abgeordnete des Deutschen Bundestages. Sie haben die Möglichkeit, mit seiner Heiligkeit, möge Allah sein Helfer sein, einige Minuten zu verbringen. Das war die Heiligkeit, möge Allah sein Helfer sein, einige Abgeordnete des Deutschen Bundestages. Und wieder einmal spricht der König. Ein König, der sich für den Weltfrieden einsetzt. Sich dafür einsetzt, dass alle Menschen gerecht behandelt werden. Ein König, der den Islam so präsentiert, wie er wirklich ist. Ein weiterer Beziehung in der Westen Welt ist, dass die Muslim nicht die Frauen oder ihre Recht haben. Erstens, es sollte sich bemerkt, dass Islam die erste Religion der Frauen die Recht zu verbringen, die Recht zu verbringen, die Recht zu verbringen und andere Recht zu verbringen. In addition, Islam emphasizeses the vast importance of educating girls and giving them opportunities for personal growth and development. Moreover, in a famous saying of the Holy Prophet of Islam, Peace and Blessing of Allah be upon him, said that paradise lies under the feet of one's mother. Seine Heiligkeit, möge Allah sein Helfer sein, spricht aber auch darüber, dass Ungerechtigkeit herrscht. Und diese könnte in einer Katastrophe enden. Today, there are a host of countries who have acquired nuclear bombs or other destructive weapons that have the potential to destroy civilization as we know it. Who is to say that these weapons will never be used or will not end up in the wrong hands? If nuclear weapons are ever used, it will not just be us who bear the consequences. Rather, our children and future generations will have to suffer for our sins. Generations of children will be born with intellectual and physical disabilities and have their hopes and dreams shattered through no fault of their own. Is that the parting legacy we wish to bequeath to those who follow us? Surely not. Thus, instead of fanning flames of hatred, whether based on religious or ethnic differences or for political objectives, we must recognize the warning signs and change our ways before it is too late. Let us all, respective of our differences, join together and work with a spirit of mutual respect, tolerance and affection for the peace of the world and to promote freedom of belief. Gerade diese große Botschaft, Liebe für alle, Hass für niemanden, ist eine Botschaft, die in diesen Zeiten von großem Wert ist. Und ein großer Beitrag sein kann auch zu dieser Kampfabsage. Mich hat vieles eigentlich nur bestätigt, was er gesagt hat. Und ich wünsche mir eigentlich auch nur Redebedarf. Man hat Redebedarf und möchte vermitteln, weil es einfach leider viel zu viele negative Vorurteile gibt. Und es tut mir richtig leid und richtig im Herzen weh, weil die Religion des Islams eine Religion der Liebe eigentlich ist. Ich hatte schon den Eindruck, dass seine Heiligkeit sehr viel Zeit, Energie darauf verwendet hat, bestimmte Vorbehalte, aber auch Ängste sehr direkt anzusprechen. Ich muss sagen, dass mich die Botschaften von seiner Heiligkeit und sehr berühren, weil sie zutiefst humanistisch sind, weil die Menschen im Mittelpunkt stehen. Und was mich heute besonders berührt hat und was ich sehr eindrucksvoll finde, ist die Sorge um die Kinder und die Zukunft der Kinder. Also er hat es an der Bedrohung durch Atomraketen sozusagen deutlich gemacht. Seine Heiligkeit, möge Allah sein Helfer sein, verlässt den Saal. Kurz vor der Abfahrt hat Amisai Deutschland noch einen Wunsch. Und ich sah auf der Seite, die Bram im Bogator. Und dann habe ich gefragt, ist es möglich, dass wir die Heilige in fronte dieser Gait sehen können? Und wenn ich gesagt habe, diese Gait, habe ich natürlich in der Bescheid, dass es eine Propheys, dass Berlin die Gait zum Insel ist. Und ich erinnere mich, dass der Khalifah viele, viele Jahre vorher war, ich war auf der anderen Seite des Gäts, als die Berlin-Wall noch existierte. Und mit den Augen, wir mussten nach der anderen Seite schauen. Und jetzt, 30 Jahre später, wir sind auf der anderen Seite, und wir sind in der Mitte der Aktivitäten, mit unserem Khalifah, nicht nur als ein einfaches Visitor, als jemand, der die Parlamentsmitglieder beantwortet hat. So können Sie sehen, welche Veränderung stattgefunden hat. Ich denke, der 4. Khalifah betrachtet für einen Erfolg in dieser Richtung. Und jetzt sehen wir, dass die Glückwunsch da sind. Alhamdulillah. Dieser Abend wird in die Geschichte eingehen. Der nächste Morgen. Hasur empfängt Journalisten und Vertreter aus der Politik. Jamaat Berlin ist bekannt für seine Mitglieder aus verschiedensten Nationen. Kurz vor der Abreise seiner Heiligkeit, möge Al-Hazan Helfer sein, gab es einen besonderen Moment für sie. Asur knows them well. Und er handelt them like his own children. So he cares about everything. He is not caring only that, I mean, they have a chance to meet him. He is interested in what they are doing, what is their background, you know, how they can be supported. I mean, they get the same feeling like all the Ahmad is getting. Ich bin froh, dass sie eerdiv sind. Ich bin froh, dass sie mit der Abitur sind. Ich habe eine Ehre gesagt, um Gottes, Ich bin froh. Ich bin froh. Wir haben den Ruf, dass sie mich, Das ist Wahnsinn, weil das ist einfach, weil du, natürlich wünscht man sich in der Nähe zu Hasur zu haben, aber ich neige eigentlich immer gerne mit dem ersten Rat, hier stehen zu wollen. Das ist unbeschreiblich, weil das einfach so diese Liebe, die Hasur uns ja offensichtlich schenkt. Offensichtlich geht's ja eigentlich nicht, ja? You get close to someone who really actually love you and cares for you, fiscally and spiritually. You always want to be with them. For me, it's the longest time I've been so close to Hasur and Alhamdulillah for the opportunity. Hasur's love, it's the most important thing. God bless you. 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 Weiter ging die Reise. Diesmal besuchte seine Heiligkeit, möge Allah sein Helfer sein, Mahdiabad. Ein Gelände der Jamaat im kleinen Dorf Nahe, nördlich von Hamburg. Am Abend kommt seine Heiligkeit, möge Allah sein Helfer sein, an. Mahdiabad wurde vor knapp 30 Jahren erworben. Auch der vierte Khalif, Hz. Mazar Tahir Ahmed, würde Allah gefallen an ihm haben, suchte diesen Ort. Zur Grundsteinlegung, kam seine Heiligkeit, möge Allah sein Helfer sein, vor einigen Jahren. Am Freitag wurde dann die Moschee offiziell geöffnet. Die Moschee offiziell geöffnet. Zum Freitagsgebet kamen tausende von Ahmad-i-Muslimen, hier nach Mahdiabad. Die Moschee offiziell geöffnet. 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 Und Allah hat keine Nusrat, wenn er sich selbst nicht gesehen hat, dass seine Erhöhung mir und seine Erhöhung mir nicht erfolgt hat. Derselbe Abend. Seine Heiligkeit, möge Allah sein Helfer sein, trifft Vertreter der Majlis Khuddam al-Ahmadiya. Hier hält seine Heiligkeit, möge Allah sein Helfer sein, eine Ansprache. An die Khuddam gerichtet, sagt seine Heiligkeit. Allah hat in der Heiligen Geist und auch immer in der Heiligen Geist. Sie haben eine Einheit. Sie bleiben selbst an die Einheit. Sie bleiben selbst an die Einheit. Sie bleiben in der Zeit. Sie bleiben in der Zeit. klihe-wakten rhanumai kernta eh is liege wo do dr jub kutum ho jae. Ör jub nyee khlifah ke intekhav ho jae. Ör nyee khlifah ko al-teala. Us eh 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 zah ta fırma dhe. To پhr. To us ke mطابق chalna hoega. Jus jisnohe wo rhanumai kerhe. Naa ke pranai kitaabhien shayah kerne. Thik he. Tarihchi باتیں بھی بات مل جاتی ہیں بعض انہیں باتیں بھی مل جاتی ہیں شایع ہونی چاہیے لیکن عمل کے لیے ضروری ہے کہ خلیفہ وقت کی بات کو سنو اس پر عمل کرو نہ یہ کہ منشاہ یہ تھا اس سے یا وہ تھا بعض لوگ مجھے اتداروں کی طرف سے یہ ہوتا ہے کہ آپ اس میں جو بات کر رہے ہوں کہ نہیں Der nächste Tag. Es ist der letzte Tag. Seine Heiligkeit möge Al-Hazan Helfer sein in Mehdiabad. Heute sind Nachbarn und Menschen aus der Umgebung zu Besuch. Gemeinsam wird die Moscheeeröffnung zelebriert. Und auch hier sind die Menschen wieder einmal beeindruckt. Der Kalif hat eine Aura um sich. Das merkt man, dass er ein sanfter Mensch ist. Das hat also irgendwas von Ruhe, dass er in sich ruht. Und das überträgt sich auch irgendwie. Seine Heiligkeit möge Al-Hazan Helfer sein, spricht über die Rechte der Nachbarn. Außerdem geht seine Heiligkeit möge Al-Hazan Helfer sein. Auf die Loyalität zu dem Land ein, in dem man lebt. Das ist das, was er, in der Land ein, in der Land ein, in der Land ein, in der Land ein, in der Land ein. Ich finde, es ist eine beeindruckende Persönlichkeit. Es ist ein toller Mensch und das, was er gesagt hat, ist etwas, was viele Menschen den Islam mit ganz anderen Augen sehen lässt. Und ich glaube, er kann es gar nicht häufig genug und gar nicht laut genug sagen, dass es etwas Gemeinsames ist, was wir miteinander bewegen können. Und dafür bin ich ihm sehr dankbar. Er hat die ganze Aufmerksamkeit auf sich gezogen. Also auch wenn ich ja seine Worte, ich habe immer versucht, das Original, ich kann kein Pakistanisch, muss ich dazu sagen, aber ich habe versucht, immer mit dem einen Ohr zu hören, wie er wirkt. Und ich muss sagen, er hat mich gefesselt und hat seine Aufmerksamkeit allein durch sein Wesen auf mich gezogen. Und dazu dann noch die Worte, das hat mich sehr beeindruckt. Also das war, glaube ich, das Beeindruckendste heute. Er hatte also eine sehr große Herzenswärme, man hat diese Wärme gemerkt bei ihm. Es waren wunderschöne Worte, die er gesagt hat. Ja, und es ist mir wirklich sehr nahe gegangen auch und ans Herz. Dann kam der Moment, an dem die Reise seiner Heiligkeit, möge Allah sein Helfer sein, weiterging. Ein Moment der Verabschiedung. Langsam kam das zu Ende, was in die Geschichte der Ahmadiyya Muslim Jemaat Deutschland eingehen wird. Ein Moment der Verabschiedung. Amen. Amen.